Ja, Hallihallo! Es wird mal wieder Zeit für einen Tourblog. Ich habe ja länger nichts von mir hören lassen. Wir waren ja so unglaublich beschäftigt, haben sehr, sehr viele Konzerte gespielt und außerdem habe ich mich leider vor drei Tagen etwas erkältet und darum die Wunden geleckt. Aber jetzt sind wir wieder unterwegs, beziehungsweise im Moment sind wir gerade nicht unterwegs. Weil man auf Tour ist, muss man ja immer viel reisen. Ich mache das meistens nachts. Heute leider nicht. Wir sind auf dem Weg nach Bielefeld. Hier, Ulle sitzt neben mir übrigens. Da ist Dirk und auch der Mike. Schaut, da ist er. Unglaublich. Alle in einem Auto und wir stehen auf der A7 und das meine ich wortwörtlich. Ich werde jetzt aussteigen, mitten auf der A7. Man kann hier herrlich aussteigen. So. Ach, ist das super hier. Alles steht da. Stau. Stau hinter mir. Stau vor mir. Ach, ist das herrlich. Ich glaube, ich gehe jetzt hier auf der A7 ein bisschen spazieren. Das wird super. Ich glaube, wir stehen hier in der Vollsperrung gerade, weil Baumfellarbeiten irgendwo hinten stattfinden. Haben wir gehört. Mal gucken. Ich bin gespannt, ob wir noch pünktlich zum Konzert kommen. Ist das alles sehr schwierig anzusehen. Und jetzt wieder auf der Vollfall. Alles steht hier voll. Meine Güte. Ach, was ist hier los? Aber, ähm, so. Man, sogar der Standstreifen ist hier unbefahrbar. Ist das schön auf der A7 Richtung Hannover. Und nichts geht voran. So, ja, hier immer noch ein bisschen Husten. Aber die Konzerte gehen trotzdem ganz gut. Ähm, ich will mich nochmal wirklich bedanken bei allen Konzertbesuchern bisher. Das waren ganz, ganz außergewöhnlich tolle Abende. Und ihr habt so eine super Stimmung verbreitet. Das ist immer wieder ein Hochgenuss. Und ich freue mich auch auf heute. In Bielefeld. Morgen sind wir in Berlin. Mal gucken, ob ich zum Echo gehe. Ich muss mal sehen, wie sich das mit meiner Erkältung hier entwickelt. Vielleicht muss ich einfach auch ins Bett am Off-Day. Wir schauen mal. Ähm, macht's gut. Und ich hoffe, wir sehen uns noch auf den wenigen verbleibenden restlichen Konzerten. So viele sind's ja nicht mehr. Das ist Wahnsinn. Kaum hat's angefangen. Jetzt ist schon wieder fast zu Ende. Ähm, bis schnell. Tschüss. Ne, ich hab immer noch nicht. Jetzt, ich versuch's nochmal. So, bis schnell. Tschüss. Jetzt aber drück ich so.